Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA Online mit mir Playgestalt, mit dem Schafflers, dem GameTeddy und dem Muchtgeflohn. Ah nein, das gibt's nicht! Da war eine Kante! Ja, ich weiß, danke. Nein, Tommy, du warst es, ich bin gegen eine Kante gefahren. Ja, na sicher, bist du bei... Ach komm, ich fahr wieder ran! Also ich fahr mal wieder ein bisschen voraus, ne? Ja, wenn du stoßt wieder mal, wie du... Ach komm. Ja, und so. Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Du bist so ein richtiger kleiner, ne? Ich bin ein richtiger kleiner Flo. Mit dem Finger im Popo. Aber wenigstens jetzt hier, fahren wir hier schön im Sonnenuntergang entgegen. Ja. I believe I can't do that. Ah, halt's mir roll. Scheiße! 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 Flo, Alter! Du bist aber mega voll daneben geflogen. Vielleicht ein kleines bisschen, aber das zählt zum... Zeig auf Aufholen. Boah, wie cool! Da, tada! Hey, das ist ja der Markus! Feuer! Wieso knallst du gegen die Kante? Oh Mann, da geht's aber gleich ganz schön hoch, ne? Der hat mir da vorne zu gute Laune. Ich glaub, dass... Ja, das bekommt der eben nicht die Luft da vorne. Ich bin dabei. Ja, wir sind alle dabei. Wow! Wir sind dabei! Wow! Feuer! Ich will meinen Boost zurück! Was? Ich will meinen Boost zurück! Skill! Ich hol doch den Tommy ein! Oh, wie knapp! Oh, er fliegt einfach neben mir ein! Wuuu! Ich bin gelandet wie eine Katze und mich dreht zu meiner eigenen Achse. Also, so nicht wie eine Katze. Also, dass ich gedreht hab, hab ich gesehen. Habt ihr mal von der Theorie... Also, ihr wisst doch, Katzen landen doch bekanntlich immer auf den Beinen, ne? Auf den Beinen. Auf den Pfoten, ja. Genauso wie Marmeladebrot immer auf der beschmierten Seite landet. Ja, angeblich. Ja. Man könnte das Ganze doch mal sinnbringend in Technologie... Oh! Oh! Das war so nicht geplant, ernsthaft! Ja, ja. Man könnte das doch mal gewinnbringend in Energie umsetzen, indem man einer Katze ein Marmeladenbrot auf den Rücken bindet. Dann müsste sie sich unendlich drehen. Die ganze Zeit so... Bumm, 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 bumm! Ja, das war nicht schlecht. Was ist denn so, Patrick? Das geht wirklich gut. Ich find... Also, da... Find ich schon... Gehört mir der... Der Wissenschafts-Nobelpreis. Ja, aber ist sowas von... Nee, wir müssen zwei Katzen aneinander binden. Ne, das funktioniert... Ja, doch, das würde theoretisch so auch funktionieren, dann. Hey, Tommy, was geht ab? Einer Party... Ja, wir müssen das machen. Das müsste mal wirklich einer machen und ausprobieren. Pimplestoption auf YouTube. Ich habe zwei Katzen zusammengebunden. Wenn euch die Folge so fällt, Hashtag zwei angebundene Katzen. Der Tommy macht das dann. Ja, ja. Ja, wirklich. Das Spiel läuft da da. Aber mit deinen Katzen. Oh, lol. Oh, das war knapp. Patrick, du hast Katzen? Oh, du... Hahahaha. Sorry. Ich habe erst nach hinten geguckt, nachdem ich gedrückt habe. Ja, wow. Ey, ich hab so geträumt. Der Skader ist gegangen. Nee, ich hab keine Katzen. Ach, komm. Das kann ich gar nicht gerade. Dann haben wir da noch eine Map eigentlich. Bitte? Sind das noch eine Runde oder nicht mehr? Danach? Ja. Das werden wir nach der Runde sehen. Also, gleich. Spoiler Alarm! Ey, Markus, hör auf an mich ran... dich an mich ran zu ziehen. Was ist denn das für eine Art? Ja, na, ich muss ja. Wo fliegst denn du hin? Ja, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin ein Kilometer hinter euch. Leute, hier wird's langweilig. Ah, ah. Vielleicht nicht mehr. Ja, ich krieg dich jetzt. Wee! Oh Scheiße, das war nicht so gesund. War doch, geht sich gut aus. Geht sich gut aus. Puh, ich hatte kurz Angst. Warte, dass kein GTA an mich sein. Ich würd zurück schießen. Hä? Ich würd zurückfeuert. Vor allem, weil alle so schießen auf dich schon, ne? Ja, wirklich. Nicht im Sinne zurückschießen, sondern einfach nur zurückschießen. Oh, Mann. Markus, das kann nicht gut enden, das weißt du. Nein, ich bin Fug. Schifu. Schifu? Schifu ist von Kung Fu Panda, oder nicht? Oh, 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 oh. Oh, Schikuru. Hä? Du bist so ne Drecksau! Jawoll, Markus. Jawoll. Ja, man kennt ihn. Du bist so ne Drecksau. So wie beim letzten Mal, genau vor dem Ziel, Alter. Wollt ihr mich trau... Ihr seid so... Das sind dinge Brüder Kim. Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid so scheiße. Richtig so, Markus. Ja, ja. OP. Ja, der darf nicht die Erste werden, weißt du? Ja, du auch nicht. Ne, ich schon. Ne, ein Blödsinn. Weil ich... Gekonterfahrer und so, weißt du? Ja, ja. Alter, diese... Dieses... Komplett falsche Wahrnehmungsbild von dir, das geht mir so auf den Sack. Naja, gell. Ja, leidet völlig an Realitätsverlust. Ja. Ja, sowas von mir. Ja! Ja, 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 ja. Ja, komm ich doch an Tommy ran! Schießchen, Alter. Wahrscheinlich fliegst du jetzt weg durch Tommy, hundert Prozent. Ja, hundert Prozent, ich sogar, ja. Kann und ich sogar. Weil er ja der gekonnte Fahrer ist. Ja, 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 ja. Er hat's geklaut, der kann mich drehen. Nein, nein, nein! Flieg da weg! Komm, komm! Du Spaß dir, Alter! Wo fliegst du denn hin? Keine Ahnung, weißt du denn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hey Tommy, wo fliegst du hin? Äh... Ein Ungeheuer ist hier nicht. Schieß sie weg! Ich bin ja schon unterwegs! Direkt vor dem Pump, muss sie wegschießen! Oh oh, das wird nicht gut enden. Hast du ihn? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nein, 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 nein! Das allerschlimmste ist, ich bin immer noch nicht dran. Weil du mich natürlich an der beschissensten Stelle überhaupt weggefickt hast wieder mal. ich habe ihn entdrohend ihr seid so unverdiente ja ich gebe ja auch gleich eine ausweichung das war übel ich weiß nicht ob er das überlebt hat ich hoffe trotzdem es hat spaß gemacht wenn ja lassen daumen nach oben da und werden auf den kanälen sein abo wird es natürlich sehr freuen den link zum schafflers und zum game der die findet ihr wie immer unten in der video beschreibung genauso wie die ganze nächste social media plattform beziehungsweise kanälen wäre schön wenn auch da mal vorbeischaut wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann macht's gut und wir fahren wie gut wie es geht